1 zu 0 für Österreich, ein Zuckertor von David Alaba, nach einer großartigen Vorlage von Marco Alautowitsch und die beiden, die kugeln jetzt in der Sandkiste, nämlich dort wo einmal die Weitsprünger landen, wenn sie springen. Liebeskundgebung von Marco Alautowitsch und David Alaba und der Wiener Genesene, der lässt sich hier feiern, das Festimnanz-Tappelstadion kann beginnen, Zuckertor, Tor des Monats, made by David Alaba, Vorlage von Marco Alautowitsch, schöner, kann fußballlich sein, Österreich 3, Kasachstan 0. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung, wirklich ein wunderschöner Pass hier von Marco Alautowitsch und dann David Alaba, völlig abgebrüht aus kurzer Distanz, schiebt er den Ball in die kurze Ecke, keine Chance hier für Keeper Sidelnikov. Schauen wir kurz aufs Feld, da dürfte sich bei dieser Aktion, und zwar bei der Rettungsaktion, ein Kasache verletzt haben, da zeigt auch Marc Janko gleich an, dass da was passiert sein könnte und der wird aktuell auch behandelt. Und zwar ist es der Mann mit der Rücken Nummer 13, es ist auch mit der Rücken Nummer 19, pardon, Viktor Mitrenko, der wird immer noch behandelt. Und zwar